Wie das LEC-Finale aussah, wie es in der Primek aktuell aussah, wie Argoin innerhalb von zwölf Tagen in Korea Challenger geworden ist und was für ein krass ein Poolstream machen muss, das erfahrt ihr jetzt. Moin Leute, jetzt willkommen zu den LoL News. Mein Name ist Basti und wie immer starten wir sofort rein in die erste News. Und dort schauen wir auf die LEC. Am vergangenen Wochenende gab es nämlich das Summer Split Finale, wo erst Team Heretics auf Fanatic getroffen ist, wo sich dann aber Fanatic doch relativ dominant durchsetzen konnte und Team Heretics rausgeflogen ist. Damit her hatten wir also keine Jankos in den Season-Finals und bei den Worlds haben. Im Halbfinale, also am Samstag, hat Fanatic dann gegen Axel gespielt, wo sich Axel wiederum relativ dominant durchsetzen konnte und damit gab es das Rematch vom Upper Bracket Final im Finale zwischen G2 Esports und Axel. Im ersten Game sah G2 Esports gewohnt stark aus. Das Game war zwar relativ lange Zeit, noch ziemlich even, aber innerhalb von zwei Minuten konnte sich G2 Esports zwei sehr gute Fights sichern und haben dann mit dem Quarter-Kill of Hans Summer das Spiel auch relativ zeitnah gefinisht. Im zweiten Game konnte Axel sehr lange sehr ausgeglichen mithalten und das Spiel ging auch wirklich lange. Irgendwann gab es sogar einen Baron-Steal von Peach, der Axel weiter im Game gehalten hat. Broken Blade auf dem Jacks auf der Toplane hat aber die ganze Zeit weiter geskalt und dann war er es, der den Quarter-Kill gemacht hat. Und kurze Zeit später konnte G2 Esports auch dieses Game für sich entscheiden. 36 Minuten hat das gedauert mit Abstand. Das knappeste Spiel dieser Series. Im dritten Game gab es dann wirklich die komplette Überfahrt. Obwohl Axel ja im Upper-Breaket-Final noch ganz gut aussah und es auf fünf Games strecken konnte, hatten sie in diesem Finale überhaupt keine Schnitte. Caps auf Leblanc hat komplett rasiert, Hans-Sam auf Kaiser hat komplett rasiert und nach 25 Minuten war Feierabend. G2 Esports war damit der erste sicher schon feststehende Seed in den Season-Finals beziehungsweise auch der erste Seed. Sie hatten ja bereits den Wintersplit gewonnen und jetzt auch den zweiten Split gewonnen. Konnten sich damit auch schon ihren Gegnern für die Season-Finals aussuchen, die jetzt in drei Wochen in Frankreich starten werden. Dort tritt G2 Esports im Upper-Breaket an gegen Team BTS. Außerdem sind im Upper-Breaket Mad Lions und Axel, die sich mit dem zweiten Platz tatsächlich einen Spot im Upper-Breaket sichern konnten. Außerdem starten Fnatic und SK Gaming im Lower-Breaket. Damit hüpfen wir ganz kurz nach Korea und gucken auf Agorin. Der ist nämlich nach Korea gereist, habt ihr bestimmt mitbekommen, und hat da mit Freddy, also mit Norway, so eine coole Challenge gemacht. Beide wollten ein bisschen kleifen und nach ein paar Tagen hat Norway sich so in Master befunden und war da ein bisschen, ich will nicht sagen stuck, aber hat sich da so ein bisschen umgeguckt, wie es so im koreanischen Master ausschaut. Ja, und Agorin, der hat sich gedacht, warte mal, ich jetzt noch zwei, drei Tage in Korea, ja, drei Tage machen wir mal Master auf dem schwierigsten Server der Welt und einfach in drei Tagen freaking Master erreicht, einen Tag später Grandmaster erreicht und nach weiteren vier Tagen einfach Challenger gehittet. Insgesamt hat es zwölf Tage in Korea gedauert, seit dem Season-Beginn, also quasi nur acht Tage, um Challenger zu hitten. Kurz danach hat er noch gefeedet, my job's not finished, das heißt, er will unbedingt auf die 1500 LP kommen, das ist das Ziel, was er sich quasi gesetzt hat und zeigt, finde ich, nochmal, dass Agorin auch als Turbo-Rentner, der schon mit NNO aufgestiegen ist und übel viel erlebt hat, immer noch einfach ein super-crazy-Jungler ist, gerade in der Solo-Cube und sein uniker Spielstil auch auf anderen Servern schon mal echt gut funktioniert. Damit springen wir nochmal ganz kurz als Referenz auf die letzte Folge, da habe ich euch ja nämlich nach den besten 2v2-Comps gefragt und ihr habt ein paar reingeschrieben und ich muss sagen, die sind schon, also manche sind sehr eklig, aber auch ziemlich gut und tatsächlich steht mittlerweile auch fest, dass der neue 2D-Fighter den LOL rausbringen wird, auch eine 2v2-Modus haben wird. Das heißt, ich werde euch in ein paar Wochen vermutlich nochmal fragen, was da eure besten Kombos sind. Erstmal geht's aber weiter mit den nächsten News. Damit schauen wir jetzt nochmal auf die Strauß Prime League. Dort bewegen wir uns ja bereits in großen Schritten auf das Offline-Finale, welches am 12.8. in Hamburg stattfinden wird, hin und haben jetzt gerade das Upper-Breaket Final Live zwischen SK Gaming und Eintracht Spaner. Doch schaut danach den LOL-News auf jeden Fall rein. Bereits morgen werden wir dann die nächste Runde sehen. Dadurch, dass sich die Unicorns of Love Sexy Edition mit einem 3-0 durchsetzen konnte und Big sich auch mit einem 3-0 durchsetzen konnte, treffen diese beiden Teams aufeinander und werden die nächste Stage des Low-Breakets spielen. Der Gewinner aus Big gegen Unicorns wird dann gegen den Verlierer aus Spaner und SK spielen und der Gewinner daraus steht dann gemeinsam mit dem Upper-Breaket-Gewinner im Finale in Hamburg am 12.8. Schaltet da gerne ein. Damit war's das mit den Neues für diese Woche. Schaltet doch super. Schon wieder dieses... Was ist denn das schon wieder? Spannend, aber krass. Da muss ich jetzt einen Pool-Stream machen. Nächsten Dienstag, so gegen Abend. Steht noch nicht ganz fest, aber vermutlich so 19 Uhr. Warte mal, das ist doch... Da soll es doch 19 Grad werden. Welcher Kasse ist denn so dumm und setzt sich bei 19 Grad in den Pool? Ach, der andere ist auch dabei. Ja, und dann zocken die aus dem Pool raus. Die sind doch komplett... Also Leute, ich weiß wirklich... Also Spandauer-Loll-Kasse, da musstet ihr wirklich... Da macht einer eine Wette mit einem anderen und jetzt bei 19 Grad in den Pool. Der wird ja sterben, ist ja übel kalt. Ich will wirklich nicht in seiner Haut drinstecken. So oder so. Sehen wir uns nächste Woche. Das macht's ja nur. Also schaltet super gerne ein. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut.